Dieses zu veräußernde Einfamilienhaus steht im Kreis Steinfurt. 2019 wurde dieses Zwei-Etagen-Haus erbaut. Das Gebäude verfügt über vier Parkplätze. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Das Haus bietet eine Wohnfläche von ca. 471 Quadratmetern. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 759.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Die Ausstattung ist nicht unter anderem. Ich habe ihn von 6.000 Quadratmetern gehört. Hier haben wir einen Aufstattung an.